Die Entwicklung eines neuen Modells in einem neuen Segment mit mehr als 5.000 neuen Teilen von mehr als 450 Lieferanten war sicher die größte Herausforderung für die Beschaffung. Parallel haben wir eine komplett neue Fahrzeugproduktion für den Urus fertiggestellt. Neben der Produktionshalle für die Montagelinie auch eine neue Energieversorgung, ein Logistiklager, eine Teststrecke, ein Bürohochhaus und natürlich die gesamte Infrastruktur. Das alles musste 2017 fertiggestellt sein. Es war sicher nicht immer einfach, aber wir sind heute perfekt im Zeitplan. Wir investieren weiter in unsere Marke und unsere Fabrik. Zurzeit errichten wir außerdem gerade die neue Lackieranlage für den Urus. Auch hier haben wir einen extrem angespannten Zeitplan. Durch die frühe Einbindung aller Kompetenzen aus Produktionstechnologie und allgemeiner Beschaffung auf der einen Seite und innovativer externer Lösungen unserer Lieferanten auf der anderen Seite, machen wir das Unmögliche möglich. Nur so werden wir unseren Kunden die Möglichkeit geben, auch beim Urus eine Lamborghini-typisch breite Farbpalette anzubieten, für die unsere Supersportwagen bereits heute weltweit bekannt sind.